Pink Die USA ist in ihrer Midlife-Crisis. Bei einem Interview erzählt sie, wie genau sie damit umgeht und wie sie gerne damit umgehen würde. Denn als First Lady kann man natürlich nicht alles machen, was man will. Das und mehr in den Pink News 100. Ja und das war es schon wieder von Pink Weekend. Mehr News aus der Welt der Stars und Sternchen gibt es Montag bis Sonntag auf Puls 4 um 18.45 Uhr in Guten Abend Österreich. Und jetzt noch gute Unterhaltung mit den Simpsons hier auf ProSieben Austria. Untertitelung des ZDF für funk, 2017